einen wunderschönen guten tag da ist er der my fishing box adventskalender 2019 gestern hatten wir in der 15 genau von seika glaube ich das kleine gummifisch paket sage ich jetzt mal so und heute machen wir direkt weiter mit der 16 wo haben wir sie denn wo ist sie denn da unten beim weihnachtsmann beim angelnden weihnachtsmann verrückt schauen wir doch mal das kann den unterschied machen das kann den unterschied klingt eigentlich noch ein wobbler aber passt irgendwie nicht so richtig die spannung steigt ich weiß wirklich nicht also keine ahnung was das jetzt sein kann aber es ist von quantum ein paar in blade indiana genau also ein paar rand schraubbare spinnerblätter würde ich jetzt mal so sagen ja wie man jetzt genau verwendet das müssten wir mal bei dem tv video gucken das schaue ich mir gerne heute an und wird es dann morgen natürlich mal nachreichen ja das eigentlich vielleicht ein sinnvolles zubehör um ein bisschen action wasser zu machen wenn man ein köder hat der vielleicht mal ein bisschen aufmerksam aufmerksamkeit braucht kann man das vielleicht ganz gut verwenden ja also okay das war's denn für heute auch schon bis morgen euer lemmy denn wer kann man ja das war ja schon bis jetzt mal Columbia nicht ja mal nicht aufmerksamkeit ist ja ja auch schon mal nicht aufmerksamkeit muss man ja ich hab da